Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Minecraft SkyBlog. Hatte ich da oben noch einen Blog vergessen? Ne, ne? Ne. Ähm, ja. Erstmal Entschuldigung dafür, dass, ähm, ja, der Part gestern ziemlich spät kam und auch... Mein... Äh, wow. Wow. Und auch, ähm, Pokémon und so ziemlich spät kam. Es tut mir leid. Es tut mir echt, echt leid. Ich hatte einfach... Ich konnte nicht aufnehmen. Ich hab es nicht geschafft, rechtzeitig aufzunehmen. Das ist so mein Problem gewesen. Äh, das packen wir mal hier rein. Ähm, ja, deswegen... Ja, Rändern hochladen und so hat halt auch seine Zeit gedauert. Und deswegen kamen die Videos gestern mega, mega spät. Was mir echt leid tut. Äh, was wollte ich machen? Ich wollte... Ich nehm mal die hier mit. Ja. Ja, ja, nein. Wir machen das doch mal anders. Wir machen das definitiv nochmal anders. Da muss ich aber gucken... Oh, verdammt. Da muss ich gucken, wie das aussieht. Oh, 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 oh. Guckst du denn her? Jo. Ähm. Ich hab das Gefühl, ich hab das ein bisschen... Hm. Zu klein gemacht. Äh, wo mach ich das? Ich mach das mal... Hier. Wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt hier Slaps hinmache, anstatt... Da muss ich alles nochmal ein bisschen umstrukturieren. Ich mach mal kurz die... Oh, Leute, ich bräuchte mal neue Fackeln. So, dürfte reichen. Ähm. Ja, ich hau hier mal jetzt überall Slaps rein. Da haben wir nämlich noch ein größeres Haus so gesehen. Wenn wir halt... Ja, hier Slaps so raufpacken und die Slaps dort oben so raufklatschen. Da haben wir noch ein bisschen mehr Fläche, die wir nutzen können. Beziehungsweise noch mehr Höhe. Falls ihr versteht, was ich meine. Allerdings muss ich dann... Ja, noch so ein paar Kleinigkeiten ändern. Zum Beispiel das Glas nochmal umändern. Äh, Moment. Muss ich da keine Blöcke reinhauen gleich. Sondern... Das kann ich dann einfach... Muss ich das nicht so machen? Muss ich das nicht so machen? Kann ich da... Kann ich da auf solche Slaps keine Slaps draufpacken? Nee. Ist ja behindert. Ähm. Ja, dann muss ich das Glas nämlich noch ein tiefer ziehen. Das heißt, wir haben hier... Machen wir das mal. Den Bogen brauch ich gar nicht. Ähm. Um es euch besser zu zeigen. Wir haben das dann so. So. So würde dann unsere Wohnung eher aussehen. Obwohl ich es dann überlegen bin... Nein, das lassen wir so. Das lassen wir so. Okay, Moment. Jetzt muss ich gucken, ob das funktioniert. Nein. Shit. Okay, hat funktioniert. Wie mach ich das denn jetzt? Moment. Funktioniert das? Bitte lass es funktionieren. Scheiße. Ähm. Dann brauch ich dafür Wasser. Dann brauch ich dafür Wasser. Scheiße. Okay. Egal. Machen wir erstmal hier alles weg. An Boden. Wohl. Hier lass ich das gleich mal. Erstmal. Weil ich ja nicht weiß, wie ich das da dann baue mit den... Mit der Küche so gesehen. Gucken wir dann mal. So, dann hauen wir jetzt erstmal da wieder Slabs rein. Da lass ich diesen einen Block gleich mal erstmal frei wegen dem Wasser. Falls wir da... Ja. Da müssen wir definitiv Wasser reinhauen noch. So. Machen wir das erstmal. So. So. Gut. Und. Ja, hier haben wir alles weg. Abgesehen von dem dort. Und da kommt noch später eine Slab rauf. Äh, eine Druckplatte rauf. Und. Ja. Da kommt dann hier eine Druckplatte rauf. Und dann haben wir hier halt diesen Übergang, sag ich mal. Ich möchte das aber mal anders. Also irgendwie so. Ist, glaub ich, besser, oder? Dann machen wir das doch... Ja, ich glaub hier... Nee. Nee, nee. Okay, ich hab sie bekommen. Nice. Scheiß auf die Slabs. Zack, 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 zack. Zack. So, dann kommt das hier raus. Das kommt raus. Dann passt das doch besser. Dann haben wir hier besseren Ausguck auch, so. Könnten wir hier nämlich... Ne, hier lassen wir das. Und hier gucken wir mal, wie wir das machen. Dann erstmal das raus. Das raus. Kommt da gleich wieder Holz rein. So. Zack und zack und zack und zack. Der kommt dann auch später raus. Der auch. Hier muss dann auch Holz rein. Ich glaub, wir müssen auch noch Bilder craften. Das heißt, ihr könnt mir dann Bilder aufhängen oder so. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, was wir da machen. So, irgendwas müssen wir da auf jeden Fall noch hinmachen dann. Also, so geht das nicht. Das können wir... Ihr könnt die Wand nicht einfach so kahl lassen. Ansonsten, Moment. Ich glaub, ich hab eine ganz gute Idee eigentlich. Ansonsten machen wir das anders. So. Moment. Zack, zack. Das kommt raus. Dann machen wir das. So. Und dann kommt das raus. Dann brauchen wir da noch Stein wieder. Äh, zack. Zack, zack. Ne, warte. Scheiße. Dann machen wir das auch aus Slaps. Zack, zack. So. Zack. Zack. Nein, so. Fuck. Weg. Weg. Nein. Steps verloren. Egal. Moment. Wie soll ich das jetzt noch wegmachen? Das muss auf jeden Fall weg, meine ich. Dann, nee. Dann müssen wir... Okay, wir müssen das noch ein erweitern. Scheiße. Scheiße. Dass ich die Slaps nicht wiederbekommen, das ist ein bisschen scheiße. So, machen wir das dann. Zack und zack. 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 Ähm, das wollte ich jetzt nicht, aber das kann schon mal da bleiben. Ach nee, Moment. Ja doch. Lassen wir den mal kurz da. Zack. So. Hm. Hm. Zack. 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 Ich glaube, das müsste ich sogar dann noch ein erweitern, oder? So können wir das nicht lassen. Wenn wir den dann nämlich weghauen, die dann zum Beispiel einen Slap reinhauen. Nee, das können wir... Nein, das können wir so nicht lassen. Scheiße, wir müssen das noch ein erweitern. Okay. Das ist jetzt kacke. Das ist jetzt sehr kacke. Zack. Den bitte wieder haben. Das hier und das hier. Würde ich mir den hier auch mal holen. Dann machen wir das so. Gut. Ja, die Slap kriege ich nicht mehr wieder. Scheiße. Zack. Zack. Zack und zack. Dann müssen wir hier noch einmal da höher. Nein. Gib mir die Slaps. Danke. Zack. So. Dann wieder ein höher. So und... So. Dann... kommen... Jetzt habe ich das Gefühl, sind wir zu hoch. Noch ein... Ah, deswegen. Shit. Okay, Moment. Noch mal bitte... Alle wieder hergeben. Ja gut, die drei können wir weg. Schön. Der kann weg. Der kann weg. Damn. Kriege ich halt nicht wieder. Scheiße. Doch. Oh, nice. Zack, zack. So. Hier ein höher. Wow. Das war super. Das war super. Das war sehr super. So, zack. 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 Den Glowstone lassen wir da, glaube ich, sogar. Einfach so, weil es ein bisschen Licht macht halt. Komme ich da... Ja, so wollte ich das nicht machen, aber okay. Wollen wir mal ein paar mehr Slaps. Jetzt habe ich wahrscheinlich viel zu viele Slaps. Obwohl, ich musste auf der anderen Seite auch noch bauen. So, von daher. Haben wir hier nämlich jetzt diese Treppe nach oben. Dann haben wir hier daraus jetzt auch einen Nutzen gemacht. Das hier hat ja eigentlich... Das geht ja auch eigentlich. Voll klar. Wo man hier dann eigentlich sogar ein Fenster... Nee, kann man nicht machen. Okay. So. Das gleiche müssen wir jetzt aber nochmal hier machen. Zack, zack. Zack. Ich brauche einen neuen Slap. Wow, dein Ernst. Gut, dass das hier ein Slap war. So, so. So, so. Ah, komm. Zack. Danke, zack. Machen wir das mal so. Perfekt. Da bekomme ich den Slap auch wieder. Schöne Sache. Dein Ernst. So. Nice. Aber hier nehme ich den Gang nach oben. und hier oben können wir dann auch wieder alles aus diesen Slaps bauen. Ja, so natürlich nicht. Aber... Mann! Was ist das denn für ein Bug, ey? Okay, ich brauche mehr davon. Zack. Machen wir davon auch nochmal so ein paar. So, halt. So, das dürfte reichen. Das dürfte echt an Slaps reichen. Ich weiß noch nicht, warum ich das aus Holz-Slaps gemacht habe, die Treppe. Vielleicht wollte ich cool wirken. Hat nur nicht so funktioniert. Ähm. Aber egal. So. Da fehlt auch noch ein Holz. Genau, stimmt. Zack. Und da wir die Symmetrie ja haben wollen. Müssen wir das ja auch so machen. Oh, warte. Warte. Nein. Äh. Scheiße. Scheiße. Ich habe davon auch gar keine Slaps mehr. Damn. Okay, Moment. Ich kriege das hin. Zack. Zack. Hopp. So. So. Wie habe ich denn das da unten gemacht? Auf der anderen Seite. Stimmt, da habe ich noch diese Plattform. Diesen Weg hier. Aber den kann ich hier ja nicht bauen eigentlich. Ähm. Da haue ich da einfach noch einen Slap unter. Einen Stein-Slap später. Ja. Habe ich da später einen Holz-Slap unter. Habe ich hier noch welche, die ich irgendwie snacken kann, mir klauen kann? Ja, da. Den hier. Nice. So. Ja, die hätte ich auch schon alle holen können. Ja, die hätte ich auch alle rausholen können. Egal. Ähm. So. Zack. Passt das so. Da machen wir hier einfach irgendwann noch irgendwas anderes hin. Sagen wir, das ist unsere Garage. Oder so. Keine Ahnung. Ist dann halt einfach so. Irgendwas machen wir da schon draus. Irgendwas. Ich weiß noch nicht was genau. Aber irgendwas. 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 Zack. Zack. Nein. So. Danke. Keine Ahnung. Vielleicht können wir da Beten machen oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht machen wir da Beten. Wir pflanzen da so ein kleines Bäumchen. Ne. Das macht keinen Sinn. Wir können da so ein kleines Beten machen, würde ich sagen. Später. Ein bisschen Erde haben wir ja noch. Das passt dann schon irgendwie. So. Nun weiß ich nicht. Ich habe mir die anderen Sachen vielleicht auch schon mitnehmen sollen. Ich könnte mal was essen. Dann hole ich die anderen Sachen auch mal eben. Bisschen Clean Stone. Und so. Dann ist der Pado schon bald vorbei. Loi. Loi. Ja, Loi. Ja, Loi ist das neue Loll. Loi. Das nehmen wir mit. Genau. Wir haben noch ein bisschen Glas übrig. Genau. Dann können wir nochmal daraus neue Fackeln machen. Aber noch sechs davon. Denn sonst habe ich eine ungerade Zahl an Sticks. Ja. Dann kann ich erst mal das zurückbacken. Dann kann ich erst mal das. Obwohl, die Slaps nehme ich mit. Die Slaps nehme ich mit. Ja, komm. Belassen wir das dabei. Ich weiß nicht, was ich noch mitnehmen wollte. Hiervon vielleicht was. Ich weiß es nicht. Wasser. Wasser wollte ich mitnehmen. Genau. Müssen wir doch irgendwann See machen, ne? Genau. Stimmt. Komm ich von hier aus irgendwie ans Wasser? Karotten ernten vielleicht und dann ans Wasser? Ja. So. Zack. Ah ja, auch ein paar Karotten zum Essen. Voll gegen Kaktus gesprungen. Ich bin super. Ich bin super. Wir brauchen echt irgendwie noch einen See demnächst mal irgendwann. Ich weiß nur nicht, wo wir den machen. Dann müssen wir da drin auch noch angeln. Stimmt. Angeln müssen wir da drin und dann... Durchs Angeln... Fische bekommen. Genau. Wir müssen Fische haben. So, dann hätten wir das. Danke. Dann nehme ich die Slaps erst mal wieder hier runter. So, dann müssen wir das gleiche hier machen. Wieso habe ich hier Holz hingemacht? Ist das dein Ernst? Mandoki, was ist denn mit dir? Ich weiß es nicht. So, dann brauchen wir den Slap einmal kurz, damit wir hier das Wasser hinmachen können. Und runter. Zack. Wasser wieder nehmen, danke. Ähm. Und dann hier einen Slap entfernen. Damit dem Wasser runter zu gehen. Das, das und das zu bauen. Und zack. So, Slap. Slap. Hier das gleiche auch nochmal. Oh Mann. Und dann müssen wir das hier auch nochmal machen. Genau. Äh. Danke. Zack. Wir können da einen Pool hinmachen. Ja. Da machen wir da einen Pool hin. Da. Oh ja. Das ist eine jude Idee. Ein Pool. Oh fuck. Nein. 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 Was? Ich, äh, was? Ich verliere jetzt nicht mein ganzes Inventar. Nur durch Dummheit. Nur durch zu frühes Wasser wegnehmen. Dafür habe ich diesen Server gemacht. Beziehungsweise spiele ich auf dem Server. Nicht, weil ich eigentlich mit Flo zusammenspiele, aber... Wovon man eigentlich schon nichts mehr mitbekommen hat. Leu. Ho, ja, ho, ha, hi, ha, ho, ho, ha, hi. Inja, ha, ha, nja, ha. Ha, hi, ho, ha, ha. Ching, ching. Wada, wada, bing, bing. Ähm. Ja, wovon man eigentlich schon nichts mehr mitbekommen hat, weil Flo schon seit ewigen Parts nicht mehr dabei war. Aber. Egal. So, was wollte ich hier denn jetzt machen? Ich wollte hier noch einen Ofen hinmachen. Beziehungsweise machen wir mal. Aufwó. Hm, 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 hm. Hm, hm. Ich hätte doch kein Bischof mitnehmen sollen. Oh Mann, das ist doch jetzt mal Verscheiße. Di-di-di-dim-dim, di-di-dim, di-di-dim, zick. So, ist das Fenster da eigentlich total überflüssig, oder? Hm, 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 hm. Aber wegen der Symmetrie. Nee. Gar nicht. Moment. Hier kommt Beta noch eine Tür rein. Die uns dann zu unserem Pool führt. Das hier kommt weg. Denn dort kommt halt Holz hin. Genau. Dann brauchen wir hier unten noch Holz. Zack. Ja, nicht zweimal. Dann können wir immer so Leute beobachten. Wenn sie gerade im Pool sind oder so. Keine Ahnung. Zack, zack. Genau. Und hier kommt dann eine Tür rein. Zack. Und wir haben ja auch noch eine Tür. Genau. Eine haben wir ja noch. Und die machen wir auch von hier aus, Begeber. Kommt hier nämlich später noch eine Abzäunung hin, würde ich sagen. Und dann muss man von hier aus in den Pool gehen. Von dort oder von dort aus. Dann kommt da nämlich so ein Gitter hin. Ist das Zaungitter. Dann kommen hier noch hier noch die Kiste ein bisschen. Nee. Dann kommen hier noch zwei Öfen hin. Dann hat man hier so eine schöne Küche. Ist doch schön. Die Kiste dürfte man von da aus dann auch nicht mehr bedienen dürfen. Können. Nee. Richtig. Gut. Dann hätten wir das schon mal abgehakt. Und geplant. Fertig. Dann brauchen wir erst mal das alles hier. So. Das war super, Doki. Das war noch... Ja. Zack, zack. Der Bart ist auch schon vorbei. Scheiß, die Wand hat. Ich mach das Dach noch schnell zu Ende, dann beende ich den Bart. Ei, ei, ei. Alter. Ich freu mich, wenn ich mir nächsten Monat eine neue Maus bestellt habe. Ohne Scheiß, ne? Ich hoffe, die ist so gut wie diese Maus hier. Weil diese Maus liegt einfach perfekt in meiner Hand. Sie ist einfach perfekt. Super. Sie ist super. Ich hab keine Slaps mehr. Das mach ich von unten. Aber Moment. Mir ist grad ein Einfall gekommen. Man kann hier doch Glas hinmachen. Dann kann man, wenn man unten sitzt, so schön die Sterne beobachten. Abends mal mit nem gemütlichen Bierchen oder so. sich dort hinschälen und die ja Sterne beobachten. Ist doch was Schönes, oder nicht? Ist doch definitiv was Schönes. Zack. So, das sieht in der Haus schon mal super aus. Hier oben können wir dann auch noch was machen. Ich würde sagen, ja, dann machen wir das einfach symmetrisch. Kann man auf Glas ein Bett platzieren? Ich glaub nicht, oder? Ich glaub, das geht nicht. Hätte ich gesagt, hier können wir ein Bett drauf klatschen, oder so. Aber dann wird das hier oben einfach ein komplettes, so, ja, Dachgeschoss. Muss ich nochmal gucken, wie ich das bauen werde. Ähm. Mit, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Drei Zimmern. Eins, zwei, drei Zimmern. Und hier kann man dann noch eine größere Dingswand hinhauen. Eine größere Glaswand, die dann so den Überblick verschafft zu all dem hier. Machen wir das nämlich so. Können wir das, warte. Eins, zwei, drei. Nein, warte. Das kommt, das gar nicht. Das hier gar nicht. Komplett nicht. Denn dort kommt dann drei, vier. Dann kommt hier einmal so herum. Nee, gar nicht. Da oben nicht mehr. So. Zack, zack. Zack. Obwohl gar... Nein, hier kommt gar... Hier kommt nur Glas hin. Nur Glas. Haben wir so viel Glas? Ich weiß nicht, ob das... Ob 21 genug ist. Zack. Zack. So, so. Ich wollte den Part schon beenden, als ich das Sachwerk gebaut habe, oder? Wir haben nicht genug Glas. Scheiße. Hi. Genau das Glasstück, was ich gerade verbaut habe, fehlt uns. Dein Ernst? Hat man hier so den schönen Ausblick, wisst ihr? Das ist super. Das ist super. So, wenn man nicht schläft und zum Bett liegt. Oh, schön. Ja, gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Na.